Karin Mark, eine Erfolgsgeschichte für die CDU im Stuttgarter Wahlkreis II im Norden unserer Landeshauptstadt. 2009, nach einem tollen Wahlkampf den Wahlkreis zurückerobert, hat sich Karin Mark dank ihrer kompetenten politischen Arbeit und ihrer Präsenz im Wahlkreis bei den Menschen in den Stadtbezirken des Stuttgarter Nordens eine Vertrauensbasis geschaffen, die auch mit ihren Wahlsiegen in den Jahren 2013 und 2017 erfolgreich bestätigt wurde. Karin Mark ist da, sie hört den Menschen zu, ist auf den zahlreichen Veranstaltungen der Stadtbezirke im Stuttgarter Norden am Ohr der Menschen und genießt als CDU-Bundestagsabgeordnete für Stuttgart in Berlin ein großes Ansehen. Um diese Erfolgsgeschichte fortzuführen, gilt es am 25. September, Karin Mark wieder zur CDU-Bundestagskandidatin für den Stuttgarter Wahlkreis II zu nominieren. Meine Unterstützung hat sie. Geben auch Sie, Karin Mark, Ihre Stimme. Arschiss ich, Karin Mark, Ihre Stimme. g jakby ich die Stimme ausbredet? smisches Kirchweises 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 Kirchweises